Ich weiß ja, ob es so eine gute Idee ist, mit jemandem zu spielen, der nicht mit uns dreht. Ich. Ich. Nööööö. Oh. Oh, du musst zu lang sein. Ich geh hinten. Ich. Oh, komm. Oh. Oh. Ich. 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 Ich kann doch fragen, ist das einfach dicker Ernst? Genau, geh vor, ich blöcke mich. Ja, ein bisschen weg. Ich bin nicht verschatzt zu sehen, ich geh vor. Warte, der geht nicht. Das geht mal zu langsam. Boah, schön. Hauptsache, ich soll aber richtig reinpressen. Ja gut, der wäre nicht reingegangen. Super Schuss. Ich. Boah. Was ist denn das für ein Trippler? Ich bin vorne. Ich bin vorne. Ich weiß nicht, muss ich irgendwie lauter reden oder hörst du einfach nur nicht zu? Ich sage, ich geh vor und dann sagst du eine Sekunde später, ich geh vor. Sie hören auf? Noch mal auf? Ist das denn? Noch mal auf? Oh. INK Was für eine Parade. Danke, danke, danke. Boah, aber knapp war das. Du. Von vorne. Nein, Dennis. Ah, nee, das war es gar nicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Boah, ich dachte, der würde uns toll gehen. Schön. Rückwärts sogar. Ja, weil du rückwärts rein gemacht hast. Ich. Nee, du, du, du. Entschuldigung. Du musst mal gleich Cheerleader spielen. Meine Freunde, ich hab ihn gerade für dich. Oh, ich wollte noch toll reinpattern. Vielleicht sieht man mich ja noch. Wenn ich nach vorne presche. Nee, Mann. Naja, wer so oder so rein will. Beide. Geh mal bei. Boah. Boah. Ich hab mal ja weh. Oh, 950 Punkte hast du gemacht. So, wir stehen zuerst mit unserer Punktzahl. 218 sind wir wieder. Willst du was ändern oder geht's weiter? Alles klar. Beep, Beep, Beep. Captain Calamari. Oh. So, wie es nicht gehört. Eine gute Hausfrau. Ne, ne, aber eine gute Hausfrau bleibt ja auch immer in der Küche. Oh, hoch. Ja, geht gut. Ich bin mit dem Tor. Ah, ich war gerade mit dem Tor. So, naja, was. Ja, ich habe nur von fliegen können, um die abzuwerfen. Ich hätte es versuchen können, aber wenn ich nicht ran muss, dann nicht aus dem Winkel. Du. Ich bin nicht die Hausfrau. Ich war zu weit vorne, hätte ich, wenn ich mich noch umgedreht hätte, bekommen hätte, hätte ich den nicht mehr gezogen. Ich habe das Gefühl, dass diese Arene irgendwie unbegriffen. Oh, komm, 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 bitte. Immer, wenn mein Vater reinkommt. Ja. Ich. Ich. Komm, ein Tor müssen wir mindestens. Ist das dein Ernst? Wie konnte ich den verfehlen? Schau dir das an. Ja, wollte ich auch. Mir war aber scheiße geflogen. Ich. Getrocknete Bananen. Ja, wie gesagt, ein Tor will ich noch haben. Ist doch so. Oh, meinst du, ich fahre auf das Sieg. Sag, ich fahre auf das Sieg. Sohsohsoh Sohsohsoh Soh.. Einfach ran, einfach ran, immer ran, immer ran. Und 6-0 für die, oder nicht, weil sie beide zur Scheiße sind. Warum respawnen die immer dann? Mein Gott, die Scheiße kommen. Ja, Entschuldigung. Wo spielen hab ich ihn da weg beschleunigt? Jetzt spricht jemand wieder mit. Man sieht einfach nur diese Explosionen. Kommt ein Tor. Ich wollte noch ein Tor machen. Ja. Buh. Hast du ran gesucht? Einfacher. Ich zähle es einfach als Tor. Nein, nicht Replay speichern. Ach, wie weit sind wir jetzt wieder abgesunken? 199. Ja. 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 Eine Woche, wieder eine halbe Stunde, um sich zu bewegen. Ich gehe mal, oder du? Ich gehe mal, oder du? sobald der Ball hinten bei uns im Tor ist, bleibt der andere einfach im Tor. Egal was passiert, egal wie es aussieht, im Tor. Du. Guter Schuss. Oh, schön. Oh, voll drüber. Ich. Guter Schuss. Oh, voll drüber. Das kann ich nicht tun. Nein, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ach komm schon! Das ist es wieder, es war wieder keiner hinten. Ich. Ja, ich dachte, er hängt halt noch mehr auf mir drauf. So. Mach ihn. Komm zu dir. Geh nach hinten. 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 Ich. Vorsicht, Ball kommt. Ich hab mich grad, wie die es geschafft haben, zwei Tore reinzumachen bei uns. Hättest du ein bisschen gewahrt. Ich war grad hinter dir. Ja, ich war grad hinter dir. Ja, da kam ich grad. Hättest du rauskriegen können. Du. Ach komm. Ja, der fliegt erstmal in unser Tor rein. Geh du vor. Komm, wenn das ein Tor wird, spende ich dir morgen Red Bull. Geh nach hinten, geh nach hinten, geh nach hinten. Ja, ich dachte, ich wär noch schnell genug gewesen. Ich. Nein. Wie schaffen sie es, den Ball immer so über einen drüber spielen zu können? Ja, genau. Er springt über mich drüber. Schau, er hat mich nicht mal berührt, obwohl er mich genau getroffen hat. Ich. 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 Oh, ja, ja, ja. Hey, ich hab jetzt auch die Krone. Ah, der eine Schlimm war ich noch, ich muss noch duschen. Ich langsame ins Bett. Tu das Ding, du das. Ja, wir sind 179. 179 sind wir. Ja, gut. Ich war nicht nach vorne. Ich steh hinten. Ich hab's geschossen. Oh, knapp. Du. Tor. Außer wenn sie angreifen. Ich geh. Vorsicht, mach dich. Warte, bin ich. Ja, es bringt uns auf der Stelle anfangen zu fliegen. Wie kann ich dir sagen? Ich weiß zwar nicht genau wie man das mit dem Fliegen macht, aber nicht, wie man auf der Stelle startet. Ja, aber ich geh nach hinten. Ja, aber nicht während man steht. Oder nicht. Ich geh. Oder du. Das war die perfekte Vorlage für dich. Ich geh nach hinten. Ich geh nach hinten, sagt der Stürmte vor und macht so'n Tor. Ich bin auf jeden Fall umgedreht. Ich. Jetzt fangen wir jetzt wieder an. Vor über. Okay, okay. Sehr schön. Ja. Ja. Ich. Vorsicht, mach dich. Ich hab einfach mal einen sachten Schubser an der Seite gegeben und schon verliert ihr die komplette Bahn. Oh Dennis, das war nicht so gut schlau. Ja. Ja, aber Profis hat mir reingemacht. Ja. 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 Mir war es so, dass er bald zweimal an mir abgeprallt ist und dann gegen ihn abgeprallt ist. Ich. Vorsicht. Komm zu mir. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja, schon. Ja! Anfang war ich ein Torlohn und jetzt musst du ein Torlohn. Man hätte ja hoffen können, haben die sich beide eben nicht bewegt? Oh Mann! Befreiungsschlag! Los Leute, benutzt Befreiungsschlag! Ach komm! Was machen wir hier? Wie du vor! Ich bin gerade geflogen, jetzt sind die durch. Ah, verdammt! Keine Chancen im Blauen! Super Sie! Du hast eine Trupäa! Ich habe rote Reifen! Schau mal, wie ein Reifen hat! Das ist mir doch so eine Flagge! Das ist mir doch so eine Flagge! Da gibt es noch so eine Flagge! Das stimmt, scuchlos! Das ist mir doch nicht. Das ist mir doch so eine Flagge! Keine Chancen im Blauen. Da ist es, ich bin egal. Ich habe dich mit einem境 Jetzt prämmen wir. Musst du spiebern? So, das lassen wir noch auf Brand, das Piece zeichnen. So, wir sind jetzt wieder bei 210 Punkten. So, dann zeig das doch mal. So, ich glaub dich mal in meine getrocknete Banane ein. Ich kann keine Einladung senden. Hä? Bitte. Da, dich, fertig, halt. So. 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 fürs Zuschauen, falls ihr so lange geschaut habt. Und wir verabschieden uns jetzt vom Livestream. Sagst du auch tschüss? Ciao. Tschüss.